Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüssen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Schön seid ihr da. Guten Abend zuhause. Ich hoffe es geht gut. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer Stunde des gepflegten Talks. Begegnungen mit spannenden Persönlichkeiten und der Frage, wo häkeln eigentlich unsere Wurzeln? In dieser Zeit, in der alles so schnell wechseln muss, in der hauptsächlich die Veränderung im Vordergrund steht, muss man sich vielleicht wieder dazwischen noch mal überlegen, welche Traditionen sind eigentlich noch etwas wert und wo sie sind? Und wie inspirieren wir uns überhaupt in unserem Leben? Und genau über solche Themen berichten die folgenden Gäste. Sie malt, fotografiert und schreibt Gedichte. Ihre Inspiration kommt aus ihrer Seele und ihrem inneren Vorstellungsvermögen. Denn sie hat keine Augen. Sie ist blind. Der junge Forscher hat schon als Kind interessiert, welche Gefährdung der Tierarten wo noch überhaupt überleben. Und hat so in Zentralafrika spektakuläre Begegnungen gehabt. Und dank diesem Geschwisterpaar hat eine uralte Handwerkskunst eine Heimat bekommen. 90 Jahre lang hat ihre Familie ein Geschäft für seltene Spitzel- und Nadelarbeiten geführt. Ja, und mein erster Gast, der ist in einem 600-Seelen-Dorf, mitten im Berner Seeland zu Hause. Ein Seelen-Dorf, ein 600-Seelen-Dorf, das eigentlich eine ganze Länge Geschichte hatte und früher noch ein intensives Gemeinsleben hatte. Aber das ist alles anders geworden. In der Zwischenzeit gibt es dort kein Beiz mehr, nur noch ein Gourmet-Lokal, wo sich die Fremden treffen. Es gibt keine Post, keine Bank, kein Läden mehr. Man spricht überhaupt nicht miteinander. Und ihn hat es interessiert, wie man denn überhaupt wieder so ein gemeinsames Leben in Gang setzen kann. Er fand, er klopft an fremde Türen, kann sich bei den Nachbarn vorstellen vorstellen. Bewaffnet mit Mikrofon und Kamera. Und was er dabei erlebt hat, Sauberg im Seeland. Das erzählt er jetzt gerade. Herzlich willkommen, Simon Baumann. Super! Ein kleines Dörfli, mitten im Berner Seeland. Ihr seid dort geboren. Grossvater Buret, im Burenhof aufgewachsen. Der Vater hat es übernommen. Der Brütsch führt es weiter. Der seit 30 Jahren, der zuhause wohnt, in einem schmucken Stöckchen. Was hält einen in Sauberg? Also in diesem Alter, wo man normalerweise wegzieht von zuhause, so um 20 herum, sind meine Eltern weggezogen. Und die sind nach Frankreich gegangen. Das ist jetzt etwa zwölf Jahre her. Und ich und meine Brütsch sind dann in diesem Bauernhaus zurückgeblieben. Also hatten nicht das Bedürfnis, wegzuziehen von den Eltern. Sauberg liegt hier zwischen Bern und Piau. Also man ist schnell irgendwie in der Stadt. Und durch solche Zufälle bin ich eigentlich in Sauberg geblieben. Das klingt jetzt nicht nach einem grossen Bedürfnis, mit dem Dorf in Kontakt zu bleiben. Ich muss sagen, ich habe das gar nie gesucht, der Kontakt zum Dorf. Ich bin wirklich 30 Jahre lang nur zum Bahnhof gerennt, auf einen Zug. Ich habe nicht links oder rechts geschaut. Ich habe wirklich gehofft, dass mich die langweiligen Dorfbewohner nicht noch sehen oder mit jemandem reden muss. Ich habe das gar nicht gesucht. Erst vor drei, vier Jahren hat sich das bei mir verändert. Was war der Grund, dass sich das geändert hat? Der Hauptgrund ist, dass ich ein Haus von meinen Eltern übernehmen konnte. Und jetzt zusammen mit meiner Freundin drinnen wohnen. Und da hatten wir plötzlich die Idee, jetzt ist es das auch. Also da bleiben wir jetzt. Jetzt sind wir da noch Hausbesitzer. Und das hat bei uns sehr viel ausgelöst. Plötzlich war das Interesse da. Wir sollten ja etwas wissen von dem Dorf, wo man drin wohnt. Man sollte die Nachbarn kennen. Vielleicht sollte man doch mal schauen, was das für Leute sind, die hier wohnen, in diesem Saubberg. Und jetzt kommt noch dazu. Ihr habt einen Beruf als Regisseur. Das heisst, ihr seid jemand, der das natürlich auch interessiert, umzusetzen, bildlich und tonlich. Und seid ganz diskret bewaffnet mit einer Kamera und mit einem Mikrofon bei Freunden, Leute lüten. Und habt gesagt, guten Tag, hier ist der Simon. Wer seid ihr? Wie habt ihr reagiert? Sehr unterschiedlich. Also, es gibt... Ich würde sagen, die Mehrheit der Leute hat sehr gut reagiert. Und überraschend offen. Ich glaube, es wäre fast komischer gewesen, wenn ich ohne die Kamera wäre gekommen. Wenn man kürzeltags einen durch das Dorf läuft und sagt, grüße ich, ich möchte mich gerne kennenlernen, habt ihr eine halbe Stunde Zeit, dann ist das sehr komisch. Aber wenn man es mit der Kamera macht, dann ist das fast wenigstens ein Grund. Also, die Leute haben positiv reagiert? Hat es auch andere Reaktionen gegeben? Es gab einzelne, die gar nicht Freude hatten an mir. Ich weiss nicht, an mir oder an meinen Eltern. Die Eltern haben eine politische Vergangenheit, muss man vielleicht sagen. Mein Vater war ursprünglich bei der SVP. Er hat nachher zu den Grünen gewechselt. Die Mutter bei den Sozialdemokraten. Sie waren so ein Power-Couple im Nationalrat. Hat man da sozusagen Generalverdacht, als Bub oder als Kind, dass man ähnlich funktioniert und dadurch im Dorf etwas exotisch wird? Das ist ja so. Also, ich weiss noch, in der zweiten Klasse ist das gewesen, ist die Lehrerin am einen Morgen reingekommen und hat gesagt, heute machen wir nicht normalen Unterricht, heute haben wir über die Politik. Simon und seine Eltern sind beide gestern Abend in Grossrat gewählt worden. Und das war 1986. Und von dann an waren meine Eltern in der Politik und haben eine Karriere gemacht. Und von denen hat das dann immer eine Rolle gespielt. Und ich bin auch immer, ich kann nicht sagen, dass sie wahnsinnig drunter gelitten haben, aber ich bin auch immer der Sohn von denen gewesen. Und im Dorf waren Sie nicht extrem beliebt? Sie waren nicht, nein. Besonders mein Vater hatte einen sehr provokativen politischen Stil. Er hat sich so für die Kleinbauer eingesetzt. Er hat immer Anliegen vertreten in der Landwirtschaft und dorthin geht es immer sehr heiss zu und her. Wenn man Landwirtschaftspolitik verfolgt hat, geht es immer ein bisschen um Leben und Tod, habe ich das Gefühl. Da hat sich sehr viel finden geschaffen. Aber das hat sich auch ausgeweicht, als ihr bei den Nachbarn geläutet habt. Ist zwischen einem mit der Mischgabbel dahergekommen? Ja, es hat es gegeben, dass jemand das Gewehr holen wollte, aber das hat er dann auch nicht gemacht, nein. Aber wie gesagt, ich habe das nicht so persönlich genommen. Ich habe das so gesehen, dass der Ärger, den er hat, über meine Eltern auf mich projiziert. In einem Dorf, weil plötzlich Teil vom Dorf leben zu werden, wo es gar nichts mehr gibt, ist es noch schwierig, den Anschluss zu finden. Also das Läuten ist mal etwas. Was hat es noch für andere Möglichkeiten gegeben? Also etwas, was wir immer alle gesagt haben, an den Haustüren, ist ja, ihr müsst in einen Verein gehen, weil ihr ein Kind integrieren möchtet. Und dann habe ich mal geschaut, was es noch für Vereine gibt in Sauberg. Und da gibt es noch einen Frauenturnverein, das ist klar, der kommt für mich nicht in die Frau. Ja, ich weiss nicht, vielleicht wäre das die Attraktion gewesen, oder? Und Männerreigen gibt es noch. Das ist mehr so eine Seniorenreigen. Das habe ich noch einmal geschaut, aber das hat mir nicht so gefallen. Dann bin ich sogar fast etwas sportlich dafür. Und dann gibt es eben noch einen Männerchor. Und das ist etwas blöd, weil ich nicht gut singe, weil ich nie gerne gesungen habe. Aber ich habe gemerkt, das ist wirklich noch ein funktionierender Dorfverein, der zwar sehr überaltert ist, aber den gibt es noch. Und das ist wirklich eben so ein Dorfverein. Und dann bin ich dorthin, ich muss sagen, für den Film zuerst, mit den Kameras. Meine allererste Probe, da hatte ich die Kameras im Rücken. Mit Herzklopfen? Mit sehr vielen Herzklopfen. Das war selten so ein Erfolgs gewesen. Und ich habe dort auch noch vorgesungen. Was? Das Fräneli ab dem Guckisberg. Nur die erste Strophe. Und das hat man vorher zuhause trainiert? Ja, mit der Freundin. Ja, mit der Freundin. Und wie war das Urteil vernichtend vom versammelten Chor und den Chorleitern? Also es ist noch gut angekommen, auch nicht wegen dem Gesang, aber einfach auch, weil ich den Mut hatte. Sie hatten sowieso Freude, dass mal wieder ein Junge sich für den Chor interessiert. Und ich bin dann eben eingetreten für den Film, aber ich bin dabei geblieben. Die drei Arbeiten sind jetzt schon über zwei Jahre zurück. Und ich bin nach wie vor in diesem Männerchor. Am Anfang, als die Kameras weg waren, und ich bin weiterhin dabei geblieben, war es für mich eine kleine Krise. Ich dachte, das ist nicht meine Identität. Ich habe mir mein Leben auch etwas anders vorgestellt. Ich bin plötzlich in einem traditionellen Dorfverein gelandet. Das war etwas komisch, aber es hat sich verändert. Aber was ist der Wert von solchen Institutionen? Dass man noch zusammen redet in einem Dorf, dass man ihnen kennt, dass man ihnen noch aushelfen kann. Dass der Wert dieser Institutionen ist letztlich eine Gemeinschaft gibt und dass die Gesellschaft noch zusammen hat. Wenn man das Dorf bei euch und das ist typisch für tausende von anderen Ortschaften, hat es in der Zwischenzeit ein Erzählung von Einfamilienhäuschen gegeben, jeder baut einen möglichst hohen Leberpark. Und die Leute sagen immer, es gefällt uns hier, wir wollen uns in Ruhe haben. Sind wir eigentlich sozial verwahrlost in unserem Land? Ich würde sagen, wir sind wohlstandsverwahrlost. Ich habe das Gefühl, ich schaue mir viel zurück, wie zur Zeit von meinem Grossvater, wie man dann zusammengelebt hat. Das war ein Bauerendorf mit 15 Bauer. Die mussten uns helfen. Mit den Maschinen, mit den Arbeitskräften. Sie mussten zusammenarbeiten. Das heisst nicht mehr, man hat wahnsinnig viel mehr Nächsterliebe gehabt, denn man hat einfach müssen. Und dann hat es diesen Austausch gegeben. Und jetzt haben wir halt den Wohlstand, dass wir nicht mehr auf unsere Nachbarn angewiesen sind. Also in Sauberg kann man heute sehr gut wohnen und leben, ohne jemals mit seinem Nachbarn zu reden. Und da wird man nicht auffallen. Was ist Heimat? Heimat ist dort, wo ich meine Freunde habe und wo ich mich wohlführe. Also mit anderen Worten, das wäre ja wahrscheinlich auch dort, wo man wohnt. Ausser man schaut das nur als Schlafstätte an. Ja, es wäre dort, ja. Aber ich müsste mir einfach einen Sauberg aneignen als Heimat. Das war nicht ganz meine Heimat. Was ist für euch die Lehre daraus? Die Lehre des Ganzen ist ja, dass man manchmal etwas Unerwartetes muss wagen, etwas Spezielles muss wagen, plötzlich wieder eine ganz neue Perspektive zu bekommen. Und das Spezielle ist, auf die Menschen zuzugehen und einfach mal zu erbieten. Ich würde auch mit dir reden. Es gibt Gespräche über den Gartenhagen oder es gibt Gespräche vielleicht sogar am Tisch bei einem Glas Wein. Das ist möglich und ist jetzt auch schon passiert. Also, da kann man sagen, vielleicht ist das Beispiel Sauberg, so heisst der Film, auch für uns alle ein bisschen einen Anstoss, mal zu schauen, wer wohnt eigentlich neben mir. Guten Tag. Ich bin Kurt Eschbacher. Herzlichen Dank. Simon. Alles Gute. Zurück zu den Wurzeln. Das heisst, man muss manchmal vielleicht auch einen kleinen Effort machen. Was Wurzeln anbelangt, finde ich meine nächsten zwei Gesprächspartner besonders spannend. Vor über 90 Jahren hat ihre Mutter im Zentrum von Zürich einen Laden aufgemacht, der ganz spezielle, seltene Spitzen verkauft hat. Klöppelte Tücher, wunderbare Tischtücher, ganz speziell gehägelte Sachen und hat den Laden mit Erfolg geführt. Erstauntlich, auch 90 Jahre später ist er noch genau gleich geblieben. Es hat nichts geändert und es werden immer noch die wunderbaren Sachen ein Raritätenkabinett von alter schweizerischer Volkskunst verkauft. Aber etwas ändert. Nämlich Ende dieses Jahr geht der Laden zu. Das Haus wird umgebaut. Es hat keinen Platz mehr dafür. Ein Stück Kulturgut und die schweizerische Textilgeschichte geht damit verloren. Aber diese zwei können noch etwas erzählen, woran ich jetzt zu Gast bin. Herzlich willkommen, Irma und Romeo de Giacomi! Guten Abend, Irma. Freut mich sehr. Guten Abend. Freut mich. Nehmen Platz. 90 Jahre lang, oder noch mehr, 93, wenn wir genau rechnen, gibt es das Geschäft, das eure Mutter damals gegründet hat. Wie lange seid ihr denn schon dabei? Ja, ich habe es jetzt eben nicht ausgerechnet, aber 45 bis 50 ist es schon. Das heisst schon, ab der Schule her habe ich die Lehre schon gemacht. Ich durfte das machen, weil meine Schwester sehr einen guten Abschluss gemacht hat. Und weil es dort schon kein vergleichbares Geschäft gab, durfte ich die Lehre bei der Mutter machen. War das mehr ein Müssen oder ein Dörfen? Nein, es durfte es. Also ich habe gerne bei ihr die Lehre gemacht. Und sie war natürlich auch eine gute Lehrmeisterin. Eine Persönlichkeit, die eigentlich in einer Zeit ein Geschäft geführt hat, wo Frauen im Allgemeinen noch nicht so selbstständig haben durften leben. Und sie hat das etwa mit... Wie alt war sie etwa? Ja, wahrscheinlich um die 20 Jahre. Um die 20 Jahre, wo sie mit dieser Prinzessin... Also mutig... Ja, das wäre jetzt gerade die Frage. Wie ist das Geschäft der Mutter überhaupt entstanden? Was war da für eine Idee dahinter? Ja, unsere Mutter hat eigentlich eine sizilianische Prinzessin gekannt. Und die ist eine Vorsteherin von einer wohltätigen Organisation von Sizilien. Und die haben da so Frauen und Mädchen beschäftigt, die schöne Handarbeiten gemacht haben, die man hätte verkaufen sollen, damit die Leute haben können ihre Familien besser durchbringen. Und die Prinzessin ist dann eben auf Zürich gekommen. Und unsere Mutter hat die eben schon vorher gekannt. Nachher haben sie dann beraten, was machen wir da? Und haben wir gefunden, man macht Ausstellungen in den Hotels mal. Und dann haben sie nachher das organisiert, unsere Mutter zum Teil. Und dann sind alles die guten Hotels in Frage gekommen. Hotel Savoy und Purolak. Und ich glaube, Hotel Metropol hat es dort noch gegeben. Ganz genau wissen wir auch nicht mehr, welche Hotels, aber schon die. Und so ist dann die Idee entstanden draussen, einen eigenen Laden zu machen. Ja. Und dann haben sie dann die Leute von Zürich eingeladen und die haben dann die Sachen gekauft. Das waren wunderbare Sachen. Wir haben da ein Muster mitgenommen. Das ist das da? Von der Sizilianischen Handarbeit. Der Sizilianische Handarbeit. Also das ist wirklich eine Sache, die man eigentlich heutzutage fast nicht mehr weiss, wie man sie macht. Nein, das kann man nicht mehr machen. Vielleicht schon theoretisch, aber niemand mehr, der es machen kann. Mhm. Oder will. Nein, das ist gut. Ihr seid ein wenig später in den Laden gekommen. Ich bin ein wenig später gewesen, ja. Ihr habt zuerst noch an einem anderen Ort gearbeitet. Ja, ich war zuerst auf einer Bank gewesen. Und dann hat unsere Mutter gesagt, das wäre doch gut, wenn du zu uns ins Geschäft kommst, ich könnte dich gerade brauchen. Und irgendwie hat sich dann das ergeben und dann gesagt, ich komme mal probieren. Und wenn es mir gefallen kam, dann bin ich geblieben, oder? Bis heute habt ihr das zusammen gemacht. Wir sind alle zufrieden gewesen. Zwei Geschwister, die miteinander geschäft. Also wir waren eigentlich drei. Es war noch eine Schwester dabei, die leider gestorben ist. Aber wir haben das dritten, haben wir das also sehr, sehr gut gemacht. Gibt es denn zwischen Ihnen auch Lampen? Wer ist denn der Chef bei euch jetzt? Ja. Er ist schon der Chef. Er ist der Chef. Und ich mache, was ich will. Und ich mache, was ihr weint. Ja, das ist eine gute Teilung. Das merke ich in mir. Du kannst der Chef sein und ich machen, was ich will. Und der Chef tut dann auch ein wenig folgen. Aha, genau. Er sagt immer Ladies first. Also in dem Sinne hat er es wirklich gut. Ja, es kommt ganz gut aus miteinander. 90 Jahre lang ist nie etwas verändert worden im Laden. Habt ihr nie darüber nachgedenkt, eine neue Ladeneinrichtung zu machen und alles zu modernisieren? Also die Kunden sind eigentlich mit dem zufrieden gewesen. Wir haben einmal darüber nachgedenkt, haben wollen modernisieren. Aber das wäre so durchgekommen, dass uns die Leute gesagt haben, wir können privatisieren. Mhm. Und es hat eigentlich funktioniert, die alten Schublade, die alten Kästen, die alten Schachteln. Also ich bin ja gerne bei euch und ich staune immer wieder. Sie haben Zehntausende von Objekten, Dächeln allergrösse, geklöppelt, gehäkelt, gestickt und weiss ich was alles. Und dann sagt man, man möchte gerne etwas und der fällt dir auf den Hirn und irgendwo oben links kommt eine Schachtel vorne. Ja. Wie habt ihr das alles im Kopf? Eben, das ist ja angelernt worden, so. Auf der Schachtel steht nicht einmal genau, was drin ist. Mhm. Aber die Schachtel sehen alle gleich aus. Ist das jedes Mal im Laden? Ja. Das ist ja unglaublich. Nein, das ist so gespeichert wie ein Computer. Bei euch im Hirn? Ja, eben. Die Leute sagen, euer Computer ist ja besser als ein technischer, wo man zuerst so bedienen muss und schauen, ob er es jetzt oder nicht. Und das geht eh, bis er es ausgerechnet hat. Mhm. Ja, und bei uns, wir laufen hin und dann müssen wir schon schnell schauen, ob es jetzt die dritte, zweite, oberste. Nein, die Seben ist, dann ziehen wir die raus, kommen zum Kunden und die Kunden sind voller Erwartung. Man nimmt den Deckel weg und dann sind alle die Kostbarkeiten da. Und ein paar von diesen Kostbarkeiten haben wir, etwas haben wir schon bereits gesehen. Ähm, da vorne gibt es noch ein ganz schönes Deckel. Ähm, könnt ihr mir Irma das noch erklären, woher das das kommt, das vorderste da? Ja. Das ist eigentlich ganz eine alte, Apelzellerstickerei. Eigentlich das schönste, was man je gemacht hat. Auf ganz feiner, handgewobenen Leinen. Alles von Hand gestickt und mit der Lupe. Und wie lange arbeitet da eine Frau daran? Männer können das ja nicht. Ja. Mal, wenn sie wollen. Oh, wenn sie wollen. Ja, aber sie wollen, glaube ich, nicht können. Also es braucht schon sehr viel Geduld. Also zuerst ist ja das Können. Die Stickerinnen, die lernen vier, fünf Jahre, bis sie alle Sticharten können. Und da ist jetzt eigentlich alles vereint, von Höhlarbeit, Hochstickerei, dem Figurenstickerei. Da hat es Engel drin. Also es ist ein absolutes Kunstwerk, kann man sagen. Absolut. Eigentlich ein Museumsstück. Und das kann man bei euch noch kaufen. Aber auch zum Beispiel so eine tolle Täschle. Ja, das ist jetzt eine der letzten. Das ist Petit Point. Das ist kleiner als Gobelins. Ja. Das habe ich mal gelernt. Und das wird... Was für Kunden kommen da vorbei? Das ist jetzt noch spannend. Wir haben ganz junge Leute, die das kaufen, bis zu gesetzteren Damen. Ganz alte Damen haben das schon von ihrer Mutter geerbt. Aber es sind Kunstwerke, die immer noch gesucht werden, die aber auch nicht mehr gemacht werden. Jetzt geht es eigentlich auch noch um die Letzten. Es kommen noch viele Leute aus dem Ausland. Kunden zum Beispiel von Amerika. Was suchen die bei euch? Eben, die sind im Allgemeinen sehr interessiert für so Handarbeiten. Weil in Amerika hat es überhaupt nichts. Es ist alles mehr ein modernes Land. Und das sind alles traditionelle Sachen. Dann hat es schon die Leute nicht, die das machen können. Wir haben natürlich über Jahrzehnte solche Sachen gesammelt. Und wir kennen alle Sachen. Und wir können fast jeden Wunsch erfüllen, den irgendjemand hat. Wenn Inder vorbeikommen bei euch, ist da ganz eine spezielle Stimmung? Kaufen die andere ein als die einheimische Kundschaft? Ja, es hat hier zwei Sorten Inder. Es hat die, die wirklich einen Kunstsinn haben. Und eine Vorstellung haben. Und das wollen kaufen. Und dann hat es die anderen, die sich nur unterhalten. Mhm. Die hat man nicht so gerne, oder? Ja. Wie drückt sich das denn aus? Ja, kaum haben sie etwas verlangt und man halt das, dann wollen sie schon etwas Neues und nochmal etwas Neues. Dann sagen sie, hurry up, hurry up, show more. Ja. Ja, das sagen sie eben so. Das sagen sie so. Ja, hurry up, hurry up. Und ihr macht was? Ich mache in meinem gewohnten Tempo weiter. Ich lass mich nicht aus der Ruhe bringen. Ja, das ist ja richtig. Hurry up, we have no time and so, we have to go and so. Aber ich mache nichts schneller. Ich bringe die Schachtel hin und nehme den Deckel ab, bevor ich ihn überhaupt raus... Wenn schon wieder etwas anderes ist. Wie ist es denn bei der arabischen Kundschaft? Dort geht es mehr um den Preis? Äh, auch. Also sie wollen einfach das Schönste, das Feindste und suchen sie aus. Und nachher, ja, dann sind sie sich natürlich gewöhnt nach arabischer Seite. Und dann übergebe ich sie dem Bruder. Aha. Ja, dann fällt das so das Geduldsspiel an. Mhm. Dann heisst sie so... Er macht das genial. Ähm, what price do you make for me? Dann sage ich, das ist der Preis. 100 Franken. Nein, für irgendeinen anderen Preis. Dann sage ich, nein, das ist der Preis, 100 Franken. Wir können das nicht billiger geben. Das habe ich, sagen wir mal, 50 Stunden Arbeit daran. Die Leute müssen auch noch etwas haben, zum Essen und Trinken. Wir können das nicht so billig geben. Ja, sie zahlen 50. Und irgendwann, Stunden später, wird man sich einigen. Nachher, äh, ich sage, ich komme nicht in Frage, oder? Das können wir nicht machen und so. Ja, es ist dann immer so ein Hin und das Her und dann heisst es, ja, ich nehme dann noch das und dann nehme noch die Decke und dann nehme ich das und so. Das ist aber nur geredet im Englisch, oder? Es ist fast ein bisschen ein Sport. Ja, ja. Dann muss man sich auf das einlassen. Jetzt geht Ende dieses Jahr euer Laden zu. Ihr habt jahrzehntelang daran gearbeitet. Mit welchen Gefühlen seid ihr jetzt da? Ja, das Gefühl, das hat so verschiedene Gefühle. Das eine Gefühl ist, jetzt haben wir so viele Jahre gearbeitet, und das sagt uns auch die Kunden, jetzt könnt ihr euch mal in etwas anderem widmen. Ihr könnt ihr mal so ein bisschen Ferien machen und eine Reise machen, die wir noch nie machen konnten. Und das andere Gefühl ist, ja, wir haben noch so viele schöne Sachen. Wir könnten nicht einfach alles so verwerfen. Das sind ja wunderbare Sachen. Was passiert denn jetzt mit dem, was noch bleibt? Also, wir haben ja sehr viele Museumsstücke, wo man nicht so einen Ring verkauft. Ich habe im Sinne auch verschiedene Museen anzugehen. Und das, sagen wir so etwas wie das, noch erhalten bleibt. Vielleicht nicht nur für eine Person, sondern für viele Leute. Und jetzt versuchen wir eben, die Liebe zu finden. Wir haben das eigentlich schon überall in den Jahren gemacht, dass man der richtigen Person das Richtige gezeigt hat, wo sie nachher jahrelang Freude hatte. Gibt es eine gewisse Trauer bei euch? Ja, jetzt hatten wir noch gar keine Zeit zum Trauern. Aber mein Ziel wäre eigentlich einmal, in einem schönen Rahmen die Kunstwerke auszustellen. Sei es jetzt in einem Museum oder in einem schönen Raum. Und ich habe Freundinnen, die sagten, sie würden mir auch noch behilflich sein. Und dann möchte man schon in einem grösseren Gremium das zeigen können. Und vielleicht eben auch einen Liebhaber, der sich etwas ganz Schönes kaufen würde. Also jetzt hoffen wir, dass es jemanden zugehört hat. Vielleicht aus St. Gauer. Dort gibt es ja die Länge, die Textiltradition. Und dass das erhalten bleibt. Wir sind alle traurig, wenn der Laden zugeht. Ich komme dann noch einmal vor Weihnachten vorbei. Aber nicht mit arabischen Zahlen, Rätsel. Ja, das macht uns kein Problem. Genau. Herzlichen Dank und alles Gute. Und es ist wunderbar, dass es diese tollen Schätze noch gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Schön, oder? Danke vielmals. Danke vielmals. Aber wir machen wieder einen riesigen Club zu einem jungen Mann, der eigentlich schon als Gio gefunden hat, ihn interessiert die Biologie mehr als Schuette. Er hat reihenweise Biologiebücher verschlungen. Und darum ist es kein Wunder, dass er schon als Gimmeler an Expeditionen teilgenommen hat in Afrika oder in Südamerika. Und jetzt ist er zusammen mit einem Kollegen aus Wien während sechs Monaten in einem wahrscheinlich gefährlichsten Gebiet überhaupt der Welt, in der südafrikanischen Republik, ist er gewesen und hat mit seinen Fähigkeiten gesucht, was es für Tiere noch gibt, wo eigentlich alle meinen, sie so ausgestorben seien. Zusammengelebt hat er mit Löwen, Schlangen, Waldelefanten, mit wilderen und unberechenbaren Rebellen und hat, denke ich mir, einiges zu erzählen. Herzlich willkommen, Thierry Äbischer. Wenn man in die Zentralafrikanische Republik reist, geht man in ein Land, wo man weiss, es ist eines der gefährlichsten überhaupt. Was zieht einem an, dorthin zu gehen als Forscher? Ja, ich bin Biologe mit Herzblut und habe mich schon für Afrika interessiert. Und da ist mir aufgefallen, dass die Zentralafrikanische Republik kein Wissafleck ist. Also selbst Experten, die wir angefragt haben, hier gingen, sie haben keine Ahnung, sie wissen nichts, was dort passiert. Und selbst über grosse Tiere wie Elefanten oder eben Wäuthöne oder so, hat Experten alle gesehen, dass es keine Informationen gibt, es hat nie eine Forschung gegeben. Und dementsprechend mit jeder Information, die man gehabt hat, dass man nichts weiss, desto neugieriger sind wir gekommen. Das ist etwas spannender für einen Forscher, nur ist das jetzt nicht gerade einfach. Man kann nicht einfach ein Billett lösen und weiss, dass es dort genügend öffentliche Verkehrsmittel hat, um bequem zu reisen. Also, wie bereitet man so etwas vor? Ja, wir reden von Expeditionen, weil man muss alles vorbereiten, alles, was man braucht vor Ort, muss man selber mitnehmen. Und das ist überhaupt nur gegangen, dass wir Kontakt aufgenommen haben mit Leuten, die vor Ort sind. Und die Einzigen, die wir hier kontaktieren konnten, sind Grosswildjäger gewesen. Und der Tierschützer verbindet sich in einer unheiligen Allianz mit dem Grosswildjäger. Das finde ich eine spannende Voraussetzung. Genau, weil eben die Situation in Zentrafrika so schwierig ist. Es gibt auch Kinder-Angers, die im Osten von der Zentrafrikanischen Republik sind. Und die Einzigen, die tatsächlich hergehen, sind Grosswildjäger. Die interessieren sich für die Antiloppen und die Tiere, die sie vor Ort haben. Und wegen dem haben wir den Pakt geschlossen. Aber schlussendlich muss man sagen, dass wir eigentlich die gleichen Interessen haben. Nämlich, ich habe gerne grosse Tiere zum forschen und zum bewahren, zum schützen. Und die Jägerwiese natürlich schiessen. Aber schlussendlich wollen wir alle grosse Tiere. Und dementsprechend ist das gar nicht so. Und der Jäger braucht ja auch die grossen Tiere. Wenn er alle abgeschossen hat, muss er aufhören zu jagen. Genau. Er hat einen schwedischen Grosswildjäger begeistern, der dort ein riesiges Territorium hat. Ich glaube, 17'000 Quadratkilometer. Und ist der da behilflich gewesen? Und hat der auch ein Anliegen verstanden? Genau. Also Erik Mara, der uns geholfen hat, hat grundsätzlich auch die Idee, dass die Natur bewahrt kommen muss. Und die Möglichkeit, wie er es gesehen hat, ist, irgendwie muss ja das Geld herkommen. Was braucht Flugzeuge, was braucht grosse Pickups, also grosse Wagen, dass man überhaupt ins Gebiet kommt. Und dass man das finanzieren kann, muss man irgendwo Geld herhaben. Und Grosswildakt ist eben eine Möglichkeit. Aber im grossen Ganzen geht es immer darum, dass man eigentlich die Natur langefristig erhalten kann. Und wegen dem haben wir uns schnell zusammengeschlossen und jetzt eben NGO gegründet. Also eine Organisation, die eigentlich das Ziel hat, die Landschaft nachhaltig zu entwickeln und so für eine Längezeit zu bewahren. Sie sind insgesamt sechs Monate da gewesen mit einem Kollegen zusammen. Wie muss man sich das Leben dort vorstellen? Also wie erforscht man Tiere als jetzt Biologe und Ethnologe in diesem Sinne? Ja, also das Gebiet ist sehr bewaldet, es ist sehr dichte Vegetation. Und das gibt schon Probleme. Eine Methode, die man gewählt hat, ist, wie hier Linientransakte abgelaufen. Hier läuft man durch das Gebiet. Also nicht auf der Karte eingezeichnet? Genau, wie hier sieht, da durch immer 10 Kilometer E-Richtung. Und alle Tiere, die man sieht, schreiben wir auf. Aber eben, dass es nur Tiere gibt, die tagaktiv sind, die man hier aufnehmen kann, dass es viel Vegetation gehabt hat, ist das für viele Tiere gar nicht machbar. Und wegen dem haben wir auch noch andere Techniken eingesetzt. Ja, und das ist ja auch dann irgendein Wanderweg, der angeschrieben ist, in 40 Minuten kommen sie an und dann gibt es einen Erwala-Salat. Nein, da gibt es vier Meter hoches Gras. Vier Meter hoches Gras, 40 Grad Temperatur wahrscheinlich in den Köppen, in Zentralafrika. Und wegen dem haben wir auch andere Methode eingesetzt, zum Beispiel Kamerafallen. Also das sind so Gräten, so Kisten, in denen wir eingesetzt haben. Und die haben wir so Bäume angemacht. Und wenn jetzt das Tier da durchläuft, löst die auch aus und macht ein Foto. Und so haben wir es eben auch geschafft, so die Phantome von der Natur zu beobachten, wie Leopard oder so. Oder seltene Antiloppen, die voll schwieriger sind, direkt zu sichten. Also, wie viele Falle habt ihr denn von denen aufgestellt, damit man überhaupt ein Resultat hat? Dann muss man ja ein bisschen Quantität herunterladen. Genau. Also, damit wir über das Gebiet überhaupt etwas aussehen, haben wir schlussendlich 100 von diesen Kamerafallen eingesetzt. Und da immer wieder an anderen Orten positioniert oder klar? Ja, wir sind aufgestellt, dann kontrolliert. Wir müssen gucken, dass nicht immer krudig wachsen und dann umstellen. Aber ein mega. Das musste alles hertransportiert werden. Jede Batterie hier. Und wir haben am Schluss eben 23 kg Batterien müssen in die Zentralafrikanische Republik schlussen. Mit wie viel Gepäck seid ihr unterwegs gewesen? Ja, wir waren sechs grosse Rucksäcke, die wir mitnehmen mussten. Und eben, wenn man dann in den Busch rumläuft und die aufstellen muss, hat man halt einfach das, was man braucht auf dem Rücken. Und das sind ja fast 20 kg, nehme ich an. Ja, je nachdem, ob man am Anfang Vollpackung hat. Und wie viele Kilometer seid ihr abgelaufen? Ganz genau wissen wir es nicht, aber was wir sicher gemessen haben, ist, wie sie 500 km Line Transakt, also auf diesen Linientransakt gelaufen. Das ist, wie sie mindestens 1'000 km zurückgelaufen und seitdem noch viel mehr. Also etwa 1'500 km? Ja, ohne Probleme. Wahrscheinlich noch mehr. Mal, das ist eine tolle Leistung, aber hat es sich so gelohnt? Ja, sicher. Also wir haben ja viele Tierarten anweisen, die man in diesem Gebiet nicht erwartet hat. Zum Beispiel der afrikanische Wildhund. Überall in den Nachbarregionen ging es seltener, zum Beispiel ausgestorben, wie Kamerun und so. Und in dieser Gegend haben wir jetzt tatsächlich noch mehrere Rudow gefunden und das war eine grosse Überraschung. Also die Wissenschaft hatten das Gefühl, dass sie eigentlich fast schon ausgestorben sind? Ja, tatsächlich. Wir haben ihn entdeckt. Genau. Was noch? Nein, es hat noch so kleine Mangusten, das ist wie eine kleine Marder. Und der ist tatsächlich auf das Zentrafrika beschränkt. Den gibt es nicht weiter in Südlich-Afrika, also gibt es den nicht, nur in Zentrafrika. Und wie das ein Krisengebiet gibt, weiss man von dem eigentlich nichts. Ausser den 31 Fällen aus der Kolonialzeit, weiss man über das Tier nichts. Und wie hat das tatsächlich gefunden, dass man mit Kamerafalle ein Foto machen konnte. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Kamera anschaut und die haben immer sofort gewusst, genau das ist das Tier und das ist die Art. Ja, also das ist natürlich sehr spannend, weiss man, ich gehe einsammeln, habe ihn auf den Computer geladen oder durchguckt, was es alles hat. Und ja, das ist sehr, sehr spannend. Und die meisten Tiere habe ich gerade gekannt oder so. Und die gewissen sind eben grosse Überraschungen, die ich nicht erwartet hätte. Und als ich drei-, viermal musste ansehen, bis es wirklich jetzt die Goldkatt sei oder so, die man in der Gegend eigentlich gar nicht so erwartet hätte. Hat es so schwierige Situationen gegeben? Ein knurrender Läu, der vor der Kamera ist gestanden und gewartet hat, bis sie ausgewechselt wird und wieder etwas zu fressen bekommen? Ja, tatsächlich haben wir schon Kamerafalle ausgeduscht, wo man gemerkt hat, dass eine Stunde vor der Läu der Tür gelaufen ist. Aber Grosstiere sind gar nicht so das Problem. Meistens sind es die Kleinen, die uns Probleme gemacht haben, also voll die Setzen fliegen, übertragen von der Schlafkrankheit. Also da viele kleine Bienen, die stachlos sind, aber dafür ging im Gesicht herumfliegen und dementsprechend sehr nervig gewesen. Nicht am ersten Tag, aber nach ein paar Monaten mussten wir es schon merken. Und das waren eher so die Tiere, die ihm tatsächlich Sorge bereitet hätten. Giftschlangen? Ja, zum Beispiel schwarze Mamba. Aber da ist jetzt, wenn man weiss, wie sich das Verhalten und die Biologie von diesen Tieren kennt, kann man den schwierigen Situationen von vornherein aus dem Weg gehen. Nie in einer direkten Konfrontation ausgesetzt zu sein? Gut, und diese sind bei uns an Linien-Transaktoren, die wir vorgesehen haben, drüber geschlichen. Aber eben, da muss man gebührend Abstand haben. Sehr guten Tag, Frau Mamba. Genau. Ich habe noch versucht, ein schönes Foto zu machen, aber man merkt sehr schnell, wenn man es nachgibt, reagiert sie. Wenn sie aufsteht, ist Gefahrsstufe verdreht. Da muss man einen Schritt zurück machen. Bei den Wilderer ist es vielleicht schwieriger? Genau. In diesem Gebiet gibt es sehr viele Wilderer. Der Preis für eine ÖVB ist so hoch wie noch nie. Und dementsprechend können fast alle Elefanten, die es in diesem Gebiet noch gibt, von Wilderer bedroht. Und es sind sehr viele bewaffnet. Die Waldelefanten, das sind relativ kleine Arten, haben wunderschöne, längere Stosszähen. Und sie sind besonders beliebt. Genau, genau. Und wegen dem wird ich auch getroffen im Feld. Und dort muss man einfach sehen, dass eben die Leute selber sehr von weit her kommen, sehr viel auf sich nehmen, um die Elefanten zu schiessen. Und das ist so traurig im Ganzen eigentlich. Weil die Leute, die es vor Ort machen, sind eigentlich selber nicht die Schlimmsten, sondern eigentlich die, die Geld herlegen für solche ÖVB. Aber die Zentrafrika ist ein grosses Problem. Und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir jetzt die Waldelefanten in Zentrafrika in den nächsten Jahren. Wie viele Exemplare gibt es noch? In unserem Gebiet haben wir Informationen, dass es in den 60er, 70er Jahren mehrere Tausende, Zehntausende gegeben hat. Wir rechnen unserem Gebiet jetzt noch 100 bis 300. Nein, also das ist auch schon fast ausgestorben? Genau. Jetzt muss man handeln, sonst ist es bereits spät wie von allen Bereichen. Es ist ein Gebiet, wo Anarchie herrscht. Das heisst, es hat auch Rebellen. Man weiss nie genau, wer auf welcher Seite wie und wieso kämpft. Wie schwierig ist es denn, unter diesen Umständen auch Forschungsarbeit zu machen? Genau. Wir müssen zuerst überhaupt beweisen, dass es möglich ist, Forschung zu machen. Weil, wenn wir angefragt haben, für Geld zusammenzubekommen, für die teuren Maschinen und so, hat es gegen den Kissen, das könnte er nicht machen. Das ist lebensmütig, hätte er nie mehr zurück. Wir müssen zuerst sagen, dass es geht. Dank den Partnerschaften, die wir reingegangen sind. Generell kann man sagen, die Zentralafrika ist wirklich sehr kaputt. Aber das ist für uns ein Ansporn, weil man den Leuten auch sagen möchte, dass ihr ein sehr reiches Land habt. Es gibt wirklich Gründe, hier zu investieren. Und wir glauben daran, dass man etwas aufbauen kann. Wegen dem haben wir auch das Projekt Ginko Project gegründet. Mit der Idee, dass man die Natur schützen kann, aber den Leuten auch Möglichkeiten gibt, Alternativen zu finden, zum Feudern. Aber man kann sie nicht einfach vertreiben. Sie leben genauso, wie die dort müssen. Aber man muss ihnen vielleicht als Ranger eine Zukunft geben und eine Aufgabe geben, damit das Gebiet hier geschützt wird. Genau. Großer Respekt auch in der Forschungswelt vor eurer Arbeit und auch von unserer Seite. Wem geht es das nächste Mal? Wenn alles gut geht, ist es geplant, dass wir im Januar um die Ache gehen und die Felssaison um ein bisschen erweitern. Das heisst, es sind wieder neue, sensationelle Ereignisse zu erwarten, die ihr vorweisen könnt. Ja, wir gehen in Gebiete, in denen wir bis jetzt noch nicht waren, die wahrscheinlich noch nie erforscht waren. Von daher wird es sicher sehr spannend, ja. Toll. Also, wir wünschen viel Erfolg. Schön, dass der Tag war und bleibt so neugierig. Danke vielmals. Tschüss, Jeri. Es ist doch wunderbar, wenn es auch die Begeisterung von jemandem und Neugier ein Mensch so weit bringt, nach einem so ein Stück an etwas zu bleiben. Das gilt, glaube ich, wirklich auch für meinen letzten Gast. Ihre Geschichte, muss ich sagen, hat mich extrem berührt. Sie ist unheimlich speziell und sie ist auch irgendwo eine Trost für alle, die vielleicht ein wenig bersten, wenn sie ein kleines Leiden haben. Mein Gast war nämlich schon als Mädchen sehr stark, als 15-jährige junge Frau. Sie hat ihr Saugenlicht völlig verloren, ist seitdem blind. Aber, meine Damen und Herren, sie malt, sie fotografiert, sie schreibt Gedichte. Und sie hat einen 4-jährigen Sohn, den sie nie sehen wird. Ganz herzlich willkommen, Pina Dolce. Ich komme gerade einen gegeneuchten anzuholen. Jetzt geht es noch ein wenig geradeaus und jetzt geht es einen Schritt rauf. Und noch einen. Und jetzt sind wir da schon fast da. Und da ist der Stil. Pina. Ich muss am Anfang doch schon ein wenig in deiner Geschichte noch grübeln. Ich habe gesagt, mit 15 bist du ganz blind geworden. Vorher hast du noch etwas gesehen. Was ist denn passiert mit diesem Wechsel? Also, du meinst jetzt von sehend auf blind? Genau. Ja. Ja, es hat mein ganzes Leben über den Haufen gerührt. Meine Idee, was ich will werden. Es war eine ganz schlimme Zeit. Eigentlich das Erblinden für sich. Ja. Also, es war nicht so, dass du einfach gedacht hättest, jetzt sehe ich etwas weniger. Sondern für dich ist es während dieser Zeit so bedrohlich geworden, dass auch die Lebenslust verloren ging? Ja. Eine Zeit schon, ja. Wie hast du dich wieder zurechtgefunden? Wie bitte? Wie hast du dich wieder zurechtgefunden? Das war ein längerer Prozess. Ich habe Familie, Freunde und das Leben wieder neu gewonnen, indem ich einen Vertrag gemacht habe. Und dort habe ich noch Gott gesagt. Heute sage ich Liebe. Aber das ist auch Gott oder der Ursprung des Lebens. Ich habe einen Vertrag gemacht. Weil ich einfach genug hatte mit Leiden und Sehnsucht. Ich will wieder sehen. Sondern ich habe gesagt, entweder habe ich ein erfülltes, tolles, spannendes Leben, oder sonst nimmst du mich wieder nach Hause. Oder dass ich einfach nicht mehr da bin. Und das hat sehr geholfen. Und dieser Vertrag muss man ja selbst einhalten. Dann kommt ja nicht irgendwo jemandem, der hilft, dass man das auch einlösen kann. Das heisst, man muss aktiv werden. Wie hat das für dich ausgesehen? Also ich habe unglaublich viel Glück in meinem Leben. Ich habe einfach zur richtigen Zeit gute Leute, die mich inspiriert haben. Ich habe eine ganz tolle Familie und einfach gute Freunde, die mir einfach geholfen haben, immer wieder inspiriert zu werden, Sachen zu machen. Z.B. ich bin auf Amerika gegangen. Ich habe dort studiert. Ich habe viel Kunst. Ich glaube, Amerika war eine ganz wichtige Zeit in Boston. Wo Kunst plötzlich sehr wesentlich geworden ist für dein Leben. Für uns, mit all den Vorurteilen, die man hat, und das gebe ich offen zu, ist es schwierig nachzuvollziehen, dass eine blinde Person malt. Und da musst du mir jetzt ein wenig helfen. Wie entsteht, und das hast du in Boston gelernt, wie entsteht überhaupt ein Bild für dich? Also ich habe schon vorher gemalt, bevor Boston. Ich möchte noch etwas voraussetzen. Zuerst bin ich ein Mensch. Dann bin ich eine Frau. Dann bin ich z.B. eine Mutter. Eine Geliebte. Ich habe verschiedene Rollen. Und erst danach kommt ein Attribut, dass ich noch blind bin. Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Das finde ich auch wichtig, dass wir das so hören. Ja. Und wie entsteht so ein Bild z.B.? Ich sehe es in mir. Ich habe eine Vorstellungskraft. Ihr müsst euch vorstellen, ihr solltet jemandem beschreiben, wie euer Zimmer zu Hause aussieht. Das ist ein Schlafzimmer. Und man ist nicht im Schlafzimmer. Und wenn man das Zimmer kennt, kann man sagen, wenn du in die Türe reinkommst, rechts ist das, geradeaus ist es dort und so. Und so sind meine Bilder in mir drin. Ich sehe sie in mir. Und ich habe ja Farbe gesehen, noch bis 15. Und ich bin ... Ich bin sehr eine visuelle Blinde. Ich lebe ganz fest mit Farben. Und das sehe ich einfach in mir drin. Also du siehst das Bild in dir drin. Und dann kommt der Prozess, dass man das umsetzen muss. Ja. Das heisst, das in einem Bild, das man hat, muss auf die Leinwand. Und das ist ja für uns jetzt auch wieder ein wenig schwierig vorstellbar. Wie läuft der Prozess? Also das ist ein Prozess wie jeden anderen auch, der malt oder sonst Musik macht. Es ist ... Es ist Magie pur. Es ist die Art. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Für mich ist es, dass wir meditieren oder beten. Ich brauche das zum Leben. Meine Seele braucht das Malen. Ich gehe an dieser Leinwand. Und jetzt rein technisch ... Ich habe ja Hände. Ich kann das anschauen mit meiner Händedimension. Und dann habe ich die Farben angeschrieben. Ich habe mir einfach eine Technik angeeignet dort, wo jetzt rein physisch die Augen nicht gebraucht werden können. Und dann mache ich es mit einem anderen Sinn. Und übrigens, nach dem Bild, wenn der entstanden ist, dann hole ich mir Augen von Menschen. Weil für mich ist mal etwas ganz wichtig. Einerseits der Dienst am Leben oder am Sein. Und das andere ist, in den Dialog zu treten mit den Leuten. Das heisst, dass das Bild, wenn es fertig ist, von Dritten auch beschrieben wird, wie sie es empfinden. Und das ist dann wie mit zusätzlichen Augen auch noch das zu sehen, was du gemalt hast. Und das ist genial. Ich habe die Narrenfreiheit, auch die verschiedensten Wahrnehmungen, die die Leute haben, die einzelnen Worte, das Bild anzuschauen. Und jetzt rein technisch kann ich ja fragen, ist es denn diese Farbe dort oben? Siehst du das auch so? Und das ist total spannend. Hat man da auch manchmal nicht Angst, dass man nicht die Qualität erreicht hat? Du malst ja primär mit den Fingern, oder? Ja, nicht nur, aber auch vor allem. Nicht nur? Mit was? Mit Pinsel? Ja, je nachdem. Mit den Füssen? Mit allem. Mit dem Vögel allem. Das habe ich auch schon. Heut ihr auch schon? Ich möchte eben mal eine Ausstellung machen. Es ist alles am Arsch. Aber das mache ich dann mal. Ja. Also, man malt mit allem... Man malt mit allem, was man hat, aber richtig kontrollieren, jetzt nach den eigenen Kriterien, ob es die Qualität hat, die man eigentlich wollte, kann man nicht. Lägt das, wenn Dritti das beschreibt? Ist das nicht manchmal eine Enttäuschung? Wie viele Kontrollen haben wir überhaupt? Also, ich denke, auch sogenannte sehende Künstler. Wie viele kannst du wirklich kontrollieren? Das ist eine grosse Frage. Das ist auch das Spannende. Enttäuschend? Ja, eigentlich nicht. Nein. Ich muss mehr mit den Bildern ringen. Es gibt ein Bild, wo z.B. die und diese Farbe will unbedingt haben. Und ich finde dann einen Kopf. Es wäre doch besser so mit dieser Kombination. Und dann ringe ich mit dem Bild. Es gibt eine Dialoge. Und das muss ich dann dienen. Dann muss es halt so sein. Dein Leben ist nicht ganz geradlinig verlaufen. Es gab noch während des Studiums plötzlich ein Problem mit dem Gehör. Wie hat dich diese Diagnose getroffen? Die hat mich massiv getroffen. Denn am Anfang haben sie mir gesagt, ich werde taub werden. Und dann wusste ich, ein zweites Mal irgendeine Katastrophe halte ich nicht aus, da bringe ich mich um. Und dort hat der Urs mich wahnsinnig aufgefallen. Der Urs ist dein Partner? Ja. Mein Mann, der Vater von meinem Kind. Ja. Und der hat mich in die Arme genommen und gesagt, Fina, falls du etwas so machen willst, ich bin dann da, ich will dich überall und dort, wo du bist, begleiten. Und das hat mich so befreit. Und ich habe ja immer noch diesen Vertrag mit dem Leben. Dann habe ich sehr geschumpft mit dem Leben. Aber massivst. Aber, nachher ist dann rausgekommen, Gott sei Dank, es gibt gute Technik und ich höre mit Hörgeräten sehr gut. Also, ich bin gerettet. Ich gehe einfach nicht mehr alleine auf die Strasse. Das ist ein bisschen Blödsinn. Aber ja noch. Dann muss die Welt eben zu mir. Genau. Wir sind alle eingeladen. Jetzt bist du Mutter von einem vierjährigen Sohn, einem Kind, das du nie wirst sehen. Ist das eine Belastung? Nicht das Kind, sondern die Tatsache, ihn nicht zu sehen? Es ist eine Trauer, eine Schmerz. Schon, ja. Aber neben dem habe ich so viel Freude an ihm. Es ist einfach ein Teil. Aber, ähm ... Ja, es geht mir sehr nahe, wenn ich daran gehe. Aber jetzt möchte ich ... Ich habe keine Lust zum Brillen. Aber es ist eine Belastung. Ja. Oder eine Trauer. Ja. Den Sohn zu dokumentieren, das tust du mit Fotografieren. Auch das ist ein Abenteuer, das dir dann eigentlich andere erzählen, was man auf den Bildern sieht. Wenn man etwas sieht, ja. Das erste Foto, das ich gemacht habe in Amerika, war ich so stolz. Ich habe sie dann nummeriert mit der Polaroid-Kamera, damit ich gewusst habe, die habe ich dann dort und dort gemacht. Dann zeige ich und sage, What do you see here? Und dann sagt die Person, I don't see anything. Und ich sage, What anything? Und dann habe ich gesagt, It's all black. Und dann habe ich das aber in ein Buch integriert, Black is beautiful, und habe mich getröstet. Auch das ist eine Möglichkeit zu sehen. Wie behältest du deinen Optimismus? Ich habe ganz viel Liebe, als ich bekomme. Ich habe gesagt, ich bin ein Glücksbild zu sein. Ich habe das Malen, ich habe meine Familie, mein Kind, mein Mann, meine Freunde. Das ist mir ganz wichtig. Wird einem die Liebe einfach geschenkt, oder muss man auch etwas dafür tun? Ich sage immer, die Liebe ist einem geschenkt. Und es ist eine Gnade, oder ein Riesengeschenk, wenn man das darf, kann und fähig ist zu sehen, und sich daran zu freuen. Weil es gibt auch Zeiten, in denen man aufsteht und die Vögel nicht mehr hören zwitschern. Und es ist einem egal, ob die Sonne scheint. Und wenn ich mich an dem freuen kann, bin ich unendlich dankbar dafür. Was gibst du den Leuten zurück, die dir deine Liebe schenken? Ich hoffe auch ganz viel Liebe und Präsenz. Und ja, mich halt, so wie ich bin. Hoffe ich. Ich weiss es nicht, du musst die Leute fragen. Danke vielmals, liebe Pina. Ich glaube, du zeigst es einmal mehr. Wahrnehmung ist nicht einfach mit Augen schauen, sondern fühlen. Und fühlen tut man mit der Seele. Und wenn man das verliert hat, geht einem ganz viel verloren. Und vielleicht können wir jetzt gleich an deinem Beispiel wieder lernen, wie wichtig das ist. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir hätten euch etwas von dem zurückgeben können. Pina ist mir ein grosses Beispiel, das wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Jetzt vor der Sendung hat sie gesagt, gib mir deine Hände. Und hat mich so gehalten und gesagt, das kommt gut. Vielleicht müssen wir das ein bisschen mehr untereinander so machen. Ich hoffe, wir sehen uns in der Woche wieder. Aber zuerst geht es natürlich noch mit einem Fernsehprogramm namens NZZ-Format hier auf dem Sender weiter. Wer noch mag schauen. Und die anderen, die gehen jetzt fäuseln. Und denen wünsche ich eine gute Nacht. Nehmt das mit, was ihr heute erfahren habt. Wir sehen es in einer Woche wieder. Da betreten wir Neuland. Gute Nacht miteinander.